Wenn du alleine wohnst und Geld verdienst und alles zahlen musst, dann wirst du schon wissen, was du im Monat ausgibst. Entweder schreibst du dich auf oder behältst du es im Kopf. Willst du mit deinem Proof hier nicht dran sitzen? Zu dritt, na gut. Ja, ist doch schon voll bei euch. Also, einer macht Platz. Es sind doch schon drei. Ja, dann muss ich mal sagen, dann würde ich sagen, das ist cool, dass einer voller Platz macht. Es finde ich echt gut, dass du uns noch einen Boost gibst. Oder den Killer, der jetzt kommt. Einfach ablängst. Ja, war ich später. Und Nexus hast du einen Vertrag unterschrieben? Ne, Nexus ist einfach ein Mate, Junge! Ne, ich glaube, das ist Teil seiner Peekskosten. Das ist einfach ein Mate. Das Ding ist halt... Weißt du, das Ding ist, Nexus weiß, dass ich das sechsfache an Punkten bekomme. Alles, was ihr tut, ist auf mir sechsmal Mehrwert, Alter. Ja? Ja! Uh! Der Peek hat sich gerade selbst aufgehört. Ey, der Deadlock. Ey, dieser Skin spielt sich so geil, Freunde. Also, wenn ihr einen geilen Skin wollt, holt euch Mac. Der spielt sich so crispy clean, wörtlich so smooth. Ja. Ja. Freunde, an den Jelly-Freunden, ich brauche Proof-Bonus. Da ich daneben, wo wir gerade waren. Directly Dener. Für alle nochmal als Erklärung. Bei mir backt der Lobby-Bonus. Ne, klört, cheated. Ich bekomme... Oder, cheated. Ich bekomme... 100% mehr Brute-Punkte auf alles. Also, alle Punkte mit Offerings werden zusammengerechnet und darauf bekomme ich 100%. Ich mache also 150k und kriege dann mal einen zweiten. Moin. Das heißt, ich kriege gerade 1.000. Deswegen alles, was ich tue hier, ist extra... Also, Ultra-Wurst. Ey, Fick, dir ist schon klar, dass er noch... Ob er ist da. Hat jeder... Ich hab der Tat gehört. Nur der Lobby-Inhaber. Palette. Aber du warst wie immer nicht da, ist halt kein Mail, was soll ich sagen. Nur der Lobby-Haus hat das. Und doch da, ich stehe hinter dir. Ich weiß nicht, warum wir SWR spielen, wenn nie einer für mich da ist. Immer nur einer. Und immer derselbe. Hab gerade gegessen. Das ist... ein guter Grund. Boah, 1.000 Punkte. Wie viele Punkte sind das eigentlich, wenn hier jemand nicht kriegt? Ein Killer-Mastanne. Ich erinnere mich aus hässlich. Junge, es gibt jetzt Basis-BT und sie steckt in BT rein. Ah, weißt du was? Oh, ich... Oh, Freunde, sie erzählt, du bist voll Arzt. Sie will mich nur mit ihrer Fähigkeit hauen. Nur, dass ich die Obsession bin. Oh. Ich weiß gar nicht, wie ich heiße. Das weiß sie ja nicht. Wir waren beide im Chase. Ich dachte, ich bin die Obsession, weil wir auch beide Max sind. Jetzt weiß sie, dass ich nicht bin. She knows. Ich will mal was ausprobieren, was mir jetzt eventuell einen Hope kostet. Oh. Mein. Gott. Wieso haben wir eigentlich zwei Fro-Cake? Oh. Mein. Gott. Ist das cool. Ist das cool. Das neue Dead hat macht's möglich. Es ist so unfassbar cool. Und Nexus, wie läuft's eigentlich so mit der Falle auf dem Kopf? Mann, wie läuft's eigentlich so mit deiner Freundin? Welche Freundin? Aus der Verdammnis dahinten irgendwo aus dem letzten Ecke der Boden. Ja, der Mann, der Schnau. Oh. 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 ein killer stand potenzielle 10.000 punkte vier von vier weil du bei vier mal garantiert die box los wirst das geht ja gar nicht auf weil ich bin wieder einer von denen die auch wieder vier boxen ich bin wirklich wieder einer von den einer von uns ich das jetzt schon ich werde was tot wie kann man eigentlich immer viel brauche ich mache das in den letzten drei tagen habe ich zwei fallen auf dem kopf kriegt beide waren vier aber wirklich den speed ist halt ist schon echt hart muss man schon sagen also den speed ist wirklich und wir sind nicht mal so langsam an sich das ist einfach wirklich diese zehn sekunden mehr progen plus die ganzen neuen perks ist schon wirklich der ping ist seit dem pet aber auch beschissen ich liebe nix ist wirklich alter zeit wird das echt beschissen wenn der killer nicht hin kriegt euch zu hitten dann ist es nämlich echt select cake gleich so cake bitch okay oh mein gott habe ich auch auf die vier punkte holische 71 kooperations punkte bekommen was würdest du sagen ist aktuell das beste perk für survivor und für killer das beste perk für survivor of the record für killer was will denn bitte nöt übertreffen ein perk ist hier mehr movement speed und one shot auf den drecks baby 500 4.000 sollten max sein ja ich brauche noch altruistik freunde das hier könnte schon mal eine 400k runde werden junge ist das so krass wie viele punkte man kriegt und das ist sowas von verpackt ich weiß nicht wann das gefixt wird dass das problem ich würde das gerne in vollem gang ausreizen freunde ich meine wie viel punkte ich spiele zehn runden und ab 4 millionen im prinzip habe ich alle fünf runden ein prestige gut gespielt langer chase sehr schön gemacht machen wir über den wir machen den anhocken und dann machst du auf für ihn wie vor nöt warum ist auch ein tote ich hole runter dann machst also 99 der 2 der 1 ist 99 run boy run jetzt einfach machen sie will mich freuen sie will doch nicht mich aber ich liebe es wenn sie wenn sie sich mit nötig macht das nicht mehr keine hoffnung aber mein gott warum will sie mich sie kann mithalten mit hauptjag nötig aber ich habe jemanden damit schütteln mit hofer hier ob deutsch ist ob deutsch ist für sexy es bin ein typisch okay dabei hier dabei hier dabei hier dabei hier aber hier aber hier aber ich habe mich dabei nicht loslassen und jetzt habe ich mir das vorlasten kritisch Oh, du bist eingefallen, das ist kritisch. Okay, halt mich. Ich muss tanken, ich muss tanken. Ich muss tanken, ich muss tanken. Geh abhocken, geh abhocken. Ich hab mich schnell, selbst. Reicht nicht, reicht nicht. Der hat zählst du bestensvoller aus, Janky. Ja. Du musst tanken. Du musst tanken. Oh mein, drück doch Schiff. Ja, der ist jetzt, sagt er nicht raus und ich geht dran vorbei. Hallo, hallo. Ja, warte, wir ein und so. Sie kann mich nicht aufheben, ich drücke. Nein, wird heilig schön, selbst, ja. Ich hab auch meine Videos, ich weiß, ich krieg mal eine Richtung Ausgang. Ja, das hat los, ich grad schon noch. Oh ja. Und jetzt, go. Ich hab auch die Rekord, so. Ja, ja, auf der Rekord, komm schon, okay, das will ich sehen, wie du auf der Rekord hast. Hol runter, du musst runterholen. Ich hab Hoffnung, du kriegst mich nicht. 99, das gibt's doch, ey. Oh, geile Recovery, bro. Nice recovered. Krabbel weiter, die wird geiern auf mich. Ich hab aber hoch. Nene, 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 nene. Ach man. Nene, nene. Ich würd's Richtung Ausgang krabbeln, ihr Idioten, ihr Narren. Ja, tu ich schon. Sie kann uns niemals alle aufhengen. Sie kann uns nicht alle aufhengen. Sie kann sich aufhengen, weil du Roura gerettet hast. Das ist unangenehm. Ich hab Hoffnung, die Extrarunde geht absolut fit. Die denkt sich auch grad so, hä? Roura, du musst nicht spielen. Roura, gehst euch nicht. Nene. Aber die Pik auch so. Wie kann der 5 Meter voll noch ne extra Runde latschen? Oh, Freunde. Oh, Baby, fast die 400k. Und jetzt, oh. 400.000! Ich finde, es sollte nochmal 100% darauf geben. 800.000. Was für ein Bug meinst du etwa? Ja, diesen. Einmal haben wir's alle überlebt. Du hast Hope, ne? Heil dich doch mit deinem Mad-Kid, heil dich! Oh, guck dir. Oh, ja, ich hab das System gedribbelt, diesen, ne? Jetzt lauf, jetzt lauf. Tja, du bist tot. Ey, doch, easy, easy. Ich weiß einfach, wie schifft das schaffst du. Und kurz vor dem Ausgang tust du eins. Wegen der Animationskip. Und eins, 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 eins. Auch kein Eins. Jo, ey, aber auch Hope, ne? Jo, Hope. Ey, die hat legit keinen bekommen, weil jeder sie mit Hope outrunnt hat, Alter. Oh, mein Gott. Ihr denkt sich auch so, hey, bin ich irgendwie jetzt einmal wohl Pick auf 110% genannt? Was geht hier ab, Alter? Ah! Bis zum nächsten Mal.